so hallo wir machen weiter bei metroid dread letztes mal wurden wir von create auseinander genommen und jetzt versuchen wir das nochmal ok also jetzt bin ich etwas ruhiger vielleicht mal gucken mal gucken ich muss ja also es ist halt wirklich ich muss ja nicht so hektisch spiel ich verstehe nicht warum ich immer egal was ich mache ich verstehe nicht warum ich immer so so übertreiben muss gleich ah man hier macht es gleich noch mal ist okay quaid was du nicht lassen kann gut nicht so gut man kann ihn auch nicht dann stoppen davon ok wollte ich mal austesten hat nicht so funktioniert ah macht es gleich wieder ah mist ok so wir sind wieder hier jetzt kommt diese scheiße mit den kugeln ich hasse diese kugeln die machen so viel schaden und sind so schwierig auszuweichen aber auch da sollte ich wahrscheinlich einfach in ruhe alles angehen einfach in ruhe na man muss ja auch hier nicht hektisch machen muss ja nicht alles schnell schnell gehen ich kann ja auch chillen jetzt darf ich nicht mehr chillen jetzt muss schnell schnell sein ok drauf 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 so viel wie geht ja das war stabil also sobald er da mit der hand aus aus schwenkt ist im prinzip schon vorbei man hör doch auf mit den kugeln außer du gibst mir mit den kugeln energie zurück dann nehme ich sie gerne hilfe ok jetzt hat er sich gehalten jetzt muss ich ducken genau und jetzt kommt das ding so jetzt sollte das mit den kugeln unten ja vorbei sein also sobald er jetzt hier schießt kann ich das eigentlich versuchen abzuschießen genau und erst wenn er dann ausschlägt dann muss ich runter dann kommen wir jetzt wahrscheinlich ja kommen wir jetzt kommt ein bisschen davon zeug ah jetzt kommt doch noch mal kugeln oder was ah nee jetzt kommen die dinger gleich wieder ok ich bin guter dinge ah nee jetzt habe ich mich da von der hand treffen lassen ich muss da vorher runter ok die kugeln kommen noch mal scheiße ich habe nicht damit gerecht dass sie noch mal kommen ich dachte es ist vorbei weil er die hand voll gehalten hat ah fuck aber es war noch nicht vorbei aber wir waren gut wir waren wir wären gut dabei wir waren gut dabei und ich weiß jetzt ich muss mich drucken wenn die dreier kommen stück für stück erarbeiten wir uns den den weg hier den typ zu besiegen stück für stück ok 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 Nein Nein Schluss, aus Keine Energie jetzt mehr verlieren Gut Ah, wir machen gleich nochmal, okay Nein Schön chillen, es ist alles gut Ich habe alle Zeit der Welt Aua Gut So Ah Mann, ich dachte, ich treffe die voll Oh shit, oh shit, oh shit Das war, ah, das war richtig kacke jetzt Das war richtig kacke jetzt gerade So, sobald die Hand kommt, runter Runter Nein Ah Ich bin ja schon runtergegangen So schnell es ging Scheiße Oh fuck Das war die falsche Variante Okay, ich glaube, so ist es am besten Ja, dann kann ich direkt abschießen Das geht ganz gut Dann kann ich die direkt abschießen Ja, das war richtig kacke, aber Nein, ah, ich Aber so kann ich die am besten Sofort abschießen Sobald ich halt in den Kritischen Bereich von Energie herkomme Bin ich dann so aufgeregt Dass ich dann mehr Quatsch mache Okay Okay Ach Mann Nein Nein, jetzt bin ich da reingerannt Ah, diese Scheißfeuer immer Dem kann ich nicht ausreichen Aber energietechnisch sieht es gerade sehr gut aus Also es ist optimal, weil wir haben volle Energie Okay, mit voller Energie in die zweite Phase Und diesmal mit Ruhe Schön mit Ruhe Jetzt kommen die Dinger schon Und die Hand und runter Runter, runter, runter Gut, sehr schön ausgewichen Genauso muss das laufen Und da kommen die Dinger schon wieder Sehr gut, sehr gut, sehr gut Und die Hand Ah, die hat mich diesmal getroffen Ärgerliche Momente Und jetzt schon wieder die Dinger Sehr gut, sehr gut, sehr gut Er will einfach, dass wir ihn aufs Maul gehen Äh, dass wir ihn hauen Ah, ich wollte noch ausweichen Ich wollte noch die abschießen Nicht ausweichen, aber abschießen Okay Nee Das Problem ist, wenn man einmal Ja, wenn man einmal aus dem Rhythmus raus ist Was die Kugeln angeht Dann ist es wieder ein bisschen kritischer Oh Junge, 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 Junge So Jetzt hab ich wieder den Rhythmus drin Jetzt kann er die Dinger rausschießen Und ich kann Ausweichen Also fast immer Ah Okay Da war sogar Energie dabei Sehr gut Jetzt kommen die Teile Einmal komplett duppen So Jetzt kommt das Ding Und wieder ins Gesicht Und abschießen Jawohl Und weiter Jawohl Und weiter Und runter Runter, 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 runter Ah Und die Dinger kommen sofort wieder Sehr schön Ey, wir haben ihn jetzt so oft getroffen, ne Nein Wieso bin ich runtergesprungen Das wollte ich nicht Scheiße Ich Oh mein Gott Ich wollte nicht runterspringen Oh mein Gott Zum Glück kriege ich gerade Energie durch die Kugeln Oh mein Nein Nein Oh Ich glaube, wir hätten es gehabt Wenn ich nicht runtergesprungen wäre Versehentlich Ich glaube, wir hätten es gehabt Ah War das dumm Wieso bin ich denn wieder runtergesprungen No Das war mein bester Versuch bisher Ah, das war jetzt echt ärgerlich, ne Meine Güte Scheiße Ich bin reingelaufen Aber wir haben noch fast volle Energie Nevermind Gerade nicht mehr Ah, wir haben wieder fast volle Energie Und volle Raketen Nein Ich habe verfehlt Ich will ihm doch immer einen Charge Shot rein Knallen Ah, mach halt nochmal Blöde Kuh Ah Geh weg Okay Okay Fast volle Energie Ist okay Ist okay Kein Stress Kein Stress Ah Verfehlt Ja Ja Ärgerlich Aber verkraftbar Runter Okay 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 Die Dinger gleich wieder Sehr schön Runter Gut Sehr schön Solange wir ihm ausweichen Mit der Hand Ist auch alles gut Weil die Hand zieht böse ab Und so ist alles in Ordnung So ist alles gut Ja, nice Nice, nice, nice Sehr schön Diesmal will er erst ein bisschen schießen Können wir machen Schieße ich alles ab Great Alles gut Treffe ich dich öfter Soll mir recht sein Ah, jetzt hat er mich erwischt Okay Damit kann ich arbeiten Jetzt versuche ich immer die Kugel direkt Nein Abzuschießen Dass es nicht zu viele werden Okay Jetzt kommt der Stink wieder So Jetzt hält er sich zu Das heißt Wir ducken uns Und dann kommt die Wand runter Genau Und dann kriegst du hier wieder Ganz viele Raketen In dein Gesicht Und wir schießen die Raketen Ah Ich bin runtergefallen Okay Da hat mich sein Knochen getroffen Aber alles gut Wir sind noch bei unserem Zweiten Energietang Wir haben noch nicht mal Die Hälfte an Energie verloren Sehr, sehr gut Jawohl Warum denn nicht Gleich so Runter Gut Langsam könnten wir wieder neue Raketen gebrauchen Aber die kriege ich oben Wenn ich die Knochen abschieße Notfalls muss ich ihn halt mit dem Charge-Spiel erledigen Geht dann auch in Ordnung Yes Okay Noch eine Farce Oder war es das? Himmelhilfe Ey Das war es noch nicht Das war es noch nicht Da kommt noch was Oder? Nein Okay Er geht unter Oder auch nicht Ich bin mir unschlüssig Okay Yo Und da gibt es das nächste Item Was kriegen wir jetzt Die Fusion Beam Ist das das Ding Wo ich diese Elektro-Dinger anschießen kann jetzt? Bestimmt ist das das Ding Mit den Elektro-Teilen Oh Durch die Wand Verursacht bei Charge-Spiels eine Explosion Wenn der Schuss einschlägt Halte zum Aufladen Y-Gedrückt und feure dann Individuen den Knopf los In die Wurtex und durchdringt jegliches Gelände Aha Achso So kann ich jetzt kaputt machen Wenn irgendwas in der Wand drin Oh Oh Okay Das Damit habe ich jetzt noch gar nicht mit gerechnet Mit sowas Interessant Guck mal Da unten ist wieder was Aber ich glaube Ja Da ist wieder so ein blaues Ding Also so Die blauen Dinger können wir noch nicht aufmachen Was immer das ist Ich glaube das sind Powerbomben Ja Das sind Powerbomben Ich verstehe Das sind Powerbomben Ja 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 Da komme ich noch nicht ran Da ist dieses Elektro-Ding Da komme ich nicht durch Aber komme ich eh noch nicht hin Keine Ahnung wie man da hinkommen soll Okay Auch hier sehen wir Hier ist noch was In dem Gebiet wo Kraid gerade untergegangen ist In der Lava Aber da kommen wir jetzt noch nicht ran Da kommen wir jetzt noch nicht ran Okay Yo Ey das ist sick So jetzt kann ich hier langsam dann wieder nach oben Und dann kommen wir wahrscheinlich hier gleich raus Irgendwie Okay Boah Das ist schon sick Ah jetzt kann ich auch hier jetzt Okay dann kann ich jetzt mehrere Sachen wahrscheinlich aus Wänden rausholen oder so Mal gucken Wie viel da jetzt möglich ist Aha Erstmal eine stabile Aufladung Oh das ist keine Aufladung Oh das ist ein Teleport nach Dairon Wo ist das denn Wohin führt das denn Ähm Das ist hier hinten gewesen Da Das ist dieses Ding Ich würde jetzt erstmal weiter gehen wollen Und gucken was hier noch so kommt To be honest Oh aber vielleicht kann ich das auch gar nicht Oh doch das kann ich Ah shit Okay der da oben muss erstmal weg So mach dich weg Nein Nicht da reinrollen Samus Ach verflucht Geht das Ja 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 Ah da komme ich noch nicht ran Doch da komme ich ran Und wie ich da rankomme Das war mit unserer neuen Fähigkeit Ähm Yes Hihi Da muss ich dann nämlich gar nicht durch die Lava durch Chillig Okay interessant Achso ich muss nach Dairon siehste Das Spiel lässt mir gar keine andere Wahl Ich komme hier nämlich noch nicht raus Ah I see I see what you did there game Hier komme ich auch nicht zurück Alles klar Ich muss nach Dairon Na dann Auf geht's Porten wir uns Eine Runde Nach Dairon Ich verstehe Abflug Jetzt kommt wieder die lange lange Lade Sequenz Bei der ich noch nicht so ganz verstehe warum Aber hey warum nicht So Ah stimmt da war die Das Ding da unten wo ich noch Ja I see Und dann sind wir nämlich schon wieder da Wo wir schon mal Ah ne nicht ganz Doch da waren wir schon mal Jetzt ist so ein bisschen Zumindest so Ja okay doch Ja Ich verstehe Jetzt verstehe ich auch wie man da reinkommt Jetzt ergibt das hier auch mehr Sinn Okay cool Ähm Ich würde jetzt trotzdem noch nicht allzu viel in Dairon weitermachen wollen Ehrlich gesagt Aber die Frage ist jetzt halt Wenn wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück gehen Ist es wieder so ein Hey du läufst alles zurück Für effektiv fast nix Das ist einfach zu weit Dann hier zurück Und dann da Ne okay Ne dann machen wir das später Dann backtracken wir wann anders Dann machen wir erstmal weiter Warum nicht Komm mach dich weg So Dann machen wir erstmal weiter Warum nicht Na ist schon Ist schon Ist schon okay Hier geht es nicht hin Da ist was oben Da ist ein Energieding Oh der ist risikoreich zu holen Den würde ich mir erst versuchen zu holen Wenn wir einen Speicherpunkt haben Wir bekommen bestimmt gleich einen Irgendwo da wird gleich einer kommen Irgendwann Oh nein Oh nein Dairon ist ja Oh nein Oh nein Dairon hat ja noch dieses Gebiet Wo wir wieder auf den Typ treffen können Oh scheiße Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht Dass wir hier ja noch den Kollegen haben Aber der Wenn wir den mal erledigen würden Irgendwann Ja ich sie Ja aber wenn wir den mal irgendwann erledigen Komm wir probieren das jetzt scheiß drauf Ich muss nur gut springen Nice So eins noch Dann haben wir wieder einen Energietank Und raus da Gut Sehr schön Hat doch funktioniert Was wollen wir denn mehr Und da ist mein Speicherpunkt Und ein Gespräch mit Adam Das ist aber auch überfällig Wir haben Den Various Suit gefunden Wir haben Quaid besiegt Also da wird jetzt ganz viel Gesprächbedarf sein Diese Zone Dairon Scheint ein biologisches Forschungslabor zu sein Du hast bereits einen Generator In diesem Gebiet reaktiviert Es gibt noch einen anderen Sektor Über dir In dem die Energie Ebenfalls ausgefallen ist Finde den nächsten Generator Und reaktiviere ihn Ja Okay Deine Fähigkeiten kehren allmählich zurück Ich habe noch immer nicht herausgefunden Was mit dir geschehen ist Sei auf der Hut Dein oberstes Ziel Ist es zu überleben Setze deinen Weg Mit äußerster Vorsicht fort Wirst du nichts zu Quaid sagen Wo der herkam Nein Okay cool Wir erfahren nicht wo Quaid herkam Gut Der war einfach da Ist okay Spiel Wenn du das sagst Spiel Dann ist das so So Wir speichern Selbstverständlich So Sehr gut Jetzt fühle ich mich besser Jo Diese Dinger ne Ja Natürlich geht es jetzt hier wieder da rein Aber vorher geht es für uns hier hoch Sehr schön So Endlich wieder volle Energie Und ab dafür Natürlich ist er wieder hier in der Nähe Klar Er ist ja immer genau da wo ich bin Weil er es kann Ja klar Da hat er das jetzt gehört Ja ne ist in Ordnung Äh ja moin Gut Das ähm Ja Das äh ja Da sind wir wieder im Ambi-Gebiet gelandet Aha Hier komme ich sogar raus Da ist der Energie Tank Oder so ein So ein So ein Komme ich da rein Okay hier komme ich jedenfalls raus Okay hier komme ich nicht raus Also es ist ein Jein Ich komme so ein bisschen raus Okay da drüben könnte ich vielleicht raus Oh mein Gott Ja ab nach oben Aber ganz fix Raus da Oh das war super knapp Okay wir sind noch nicht raus Nein Er darf mich halt sobald er mich äh gewittert hat Gehen die Türen zu Das ist das Problem Oh mein Gott Das war super knapp Scheiße Genau das meinte ich Nein Jetzt ist die Tür zu Oh das ist zum Kotzen Ja fuck Ah fuck Das ist Ah Genau das meinte ich Aber da oben muss ich raus Da oben muss ich raus Okay Besser wir schaffen diesmal den Weg ohne dass er mich bemerkt Dann haben wir da Kann ich da nämlich gleich in Ruhe da oben raus Jetzt weiß ich den Weg ja Oh yes So gut so gut so gut so gut so gut so gut Wir kommen raus Oh yes Puh So und hier ist wieder alles finster ja Ja hier ist wieder Das ist tatsächlich ein Forschungslabor Was ist das hier So ein Ding Ne Ah da muss ich Das ist bestimmt was wo ich so eine Bombe oder sowas zünden muss So eine Morphball Bombe oder irgend so ein Kram Kann ich dann hier gar nicht weiter aktuell Oder eine normale Bombe Ja ich kann hier noch nicht weiter Scheiße Ich kann hier nicht weiter Okay Welchen Weg kann ich denn dann gehen Oder nehmen Shit Hier hoch vielleicht Da raus Das ist jetzt ungünstig Hier komme ich überhaupt nicht weiter Da ist auch so ein Ding Oh mein Gott Der hat mich ganz knapp verfehlt Das war nicht gut Lol Ja moin Ja moin Das war nicht gut Okay jetzt starte ich an der Stelle Kommt jetzt immer hier raus Nein Oh mein Gott Ja Ach ey Okay Also dann da unten geht es nicht weiter Dann gehen wir hier wieder raus Geben Ruhe Und gehen da oben hin zu dem Ding Da oben war ja auch irgendein Ausgang Ne Hier irgendwo Ja 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 Da ist auch ein Ausgang Da ist dieses Ding Da komme ich auch nicht raus Das komme ich Das kann ich alles noch nicht nutzen Hier waren wir auch noch nicht Hier komme ich nicht durch Hier komme ich nicht durch Ja gut hier komme ich durch Aber das Problem ist natürlich Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Der hat mich ja wieder Er hat mich schon wieder Ah Ich krein den auch nicht Ich kriege den Konter auch nicht mehr hin Ich meine ist ja auch so gedacht Dass man den Konter nicht hinkriegt Aber shish Jetzt können wir es von hier aus Wieder probieren Dann lade ich schon mal auf Ich weiß ja dass ich gleich schießen muss Ah das nützt mir nichts Weil ich Okay ich muss hier dann erst aufladen Ja nice Gleich erwischt So Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ah ich komme nicht raus Wo muss ich eigentlich Da oben Da oben Da oben Da oben Sogar Okay So dann sind wir hier raus Und das nützt mir nichts Weil das ist von der anderen Seite Geht das nur Aber ich kann es als neuen Speicherpunkt ansehen Weil wenn ich jetzt sterbe Starte ich hier wieder Okay hier ist der nächste Ausgang So hier könnt ihr jetzt wirklich mal Nein hier geht es auch wieder Warte Aha Okay hier geht es auf jeden Fall weiter Ah da komme ich von oben irgendwie runter Oh ich habe keine Raketen mehr Stabil Ich habe so leichte Metroid Vibes Und das gefällt mir nicht Also ja Metroid Vibes In einem Metroid Game Hm Das geht natürlich noch nicht Weil hier alles jetzt noch aus ist Oh shit Hier sind überall Durchgänge Das nützt mir auch alles noch nix Aha Achso das geht noch nicht Scheiße Ich muss ja erst Ja ich muss erst den Strom wieder ankriegen Dann geht es wieder Die Frage ist halt Wo ist der Generator Aber das nützt mir nix hier rum Gehen wir mal hier hoch Okay Okay Da ist was Sehr schön Da ist der Generator Gut Jetzt war da oben der Kartenbereich Da müssen wir auf jeden Fall uns die Karte gleich holen Oh und jetzt ist hier aber Eis Jetzt komme ich hier nicht mehr zurück Aha So ein Ding ist das Jetzt geht nur ein gewisser Bereich hier zu betreten Weil jetzt durch das Gerade konnte ich noch durch Und jetzt wo da Jetzt nicht mehr So aber zum Karten Terminal kommen wir trotzdem Mehr will ich auch erst mal geworden Ah und jetzt ist da die Kugel Jetzt ist da ein Weg Ich verstehe Okay I see I see I see So wird langsam immer mehr ein Shoot raus So Wir speichern Und dann würde ich aber auch sagen Wir schließen hier den Part wieder ab Wir gucken nochmal kurz auf die gesamte Karte Wir haben hier eigentlich in Dairon Schon fast alles offen Da ist gar nicht so viel Was wir noch nicht offen haben Das ist ganz gut Okay Dann ganz ehrlich Dann gehen wir aber da Den Raum machen wir noch schnell Wobei das ist wahrscheinlich nur ein Rück Wait Doch den Raum machen wir noch schnell Ich habe da so eine Vorahnung Ich habe gerade keine Raketen mehr Ich raste aus Jetzt kriege ich auch gerade keine Raketen von den Dingern Gibst du mir Gibst du mir Ja du gibst mir alles Du lädst mir alles auf Jawohl Sehr sehr gut Das ist was ich gesucht habe Sehr schön Sehr gut Dann gehen wir da oben noch schnell rein Ja Ich wollte schon sagen Hier gibt es ein Item Und zwar die Bombe Nice Sehr schön Die haben wir auch dringend gebraucht Genau Das sind die Blöcke Die mir damit zerstört werden können Wie es zu erwarten war Morphball Ah Die Morphball Werfer sind die Dinger Die wir gesehen haben Jetzt wäre das natürlich interessant zu wissen Oh das geht Das geht Oh Gott das geht wieder Oh nein Ich hoffe das Ich hoffe das machen sie nicht zum Zwang irgendwie Dass man das machen muss oder sowas Aha Aber sehr gut Dass wir das jetzt haben Auch die Morphball Bomben Bam Genau das sind die Dinger nämlich Ja sehr geil Sehr geil Dann gehen wir nochmal speichern Und dann schließen wir ab Mit den Bomben haben wir jetzt wieder Einen großen 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 Schritt getan Sehr nice Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und sage tschüss